Wir starten den Wildwiesenweg heute in Blomundorf-Stralegg und dann hätte ich gesagt, machen wir uns gleich auf den Weg. Wir sind jetzt hier beim Totemann. Totemann kommt vom Wort, vom keltischen Totemagos, das heißt ganz schlicht und einfach Volksfeld. Das war damals einfach ein Ort, wo sich die Leute getroffen haben, dass die Götter Opfer bringen können. Aber es gibt halt ganz viele Sachen da drum herum. Aber die Belohnung ist dann hier die Wildwiesen-Arte mit wunderbarem Ausblick hier. Doch zuerst stärken wir uns in der Wildwiesenhütte. Jetzt geben wir uns noch eine kleine süße Nachspeise auf der Wildwiesenhütte. Hausgemachte Mehlspeisen. Das ist eine derartige Kalorienbombe, dass der Weg auf den Turm nachher absolute Pflicht ist. Wir sind jetzt 147 Stiegen hinaufgegangen. An schönen Tagen kann man bis nach Ungarn ausschauen. Ein super Rundumblick haben wir da. Einfach einzigartig. Bildung. DieThat Erfolgent haben wir da. epische déc hebt kmsg-! Untertitelung auf den KMN driver 수jert und offensichtlich nächsten Malern.